Wir sind da in der Nähe von Anna Bay in den Stocktown Dunes. Das sind die längsten, die breitesten Dünen in der südlichen Halbkugel. Die erstrecken sich da hinten. So weit es auch erreicht. Das ist ganz speziell. Ohne ist natürlich auch ein super schöner Sandstrand. In einer Welt großartiger Naturwunder gibt es nur wenige, die so unerwartet und surreal wie die Stockton Byte-Sanddünen sind. Wie ein goldenes Meer erheben sie sich vom naturbelassenen Strand. Die größten beweglichen Küstendünen der südlichen Hemisphäre entstanden vor tausenden von Jahren und befinden sich im Warimi Nationalpark. Der gesamte Nationalpark umfasst 4200 Hektar, von denen 32 Kilometer von den goldgelben Dünen bedeckt sind. Die Sandberge erreichen beeindruckende Ausmasse. Nicht selten türmen sie sich über 30 Meter in die Höhe und fallen mit einer Hangneigung von bis zu 60 Grad steil ab. Wenn man die Dünen in einer ganz besonderen Stimmung erleben möchte, sollte man den Sonnenuntergang wählen. Warmes Licht tauft die Landschaft in sanfte Rottöne und die Hänge in weiche Schatten. Auf Wiedersehen! Untertitelung. BR 2018